Wer gegen die Gesetze dieser Gesellschaft nie verstoßen hat und nie verstößt und nie verstoßen will, der ist krank. Und wer sich noch immer nicht krank fühlt, an dieser Zeit, in der wir leben müssen, der ist krank. Wer sich seiner Schamteile schämt und sie nicht liebkost und die Scham anderer, die er liebt, nicht liebkost ohne Scham, der ist krank. Wer sich abschneiden lässt durch die, die ihn krankhaft nennen und die, die ihn krank machen wollen, der ist krank. Wer geachtet sein will von denen, die er verachtet, wenn er den Mut dazu aufdringt, der ist krank. Wer kein Mitleid hat mit denen, die er missachten und bekämpfen muss, um gesund zu sein, der ist krank. Wer sein Mitleid dazu gebraucht, die Kranken nicht zu bekämpfen, die um ihn herum andere krank machen, der muss krank sein. Wer sich zum Patsch der Moral und zum Vorschriftenmacher der Liebe macht, der ist so krank wie der Patsch. Wer glaubt, dass er Frieden haben kann, oder Freiheit, oder Liebe, oder Gerechtigkeit, ohne gegen seine eigene Krankheit und die seiner feinde und Freunde und seiner Päpste und Ärzte zu kämpfen, der ist krank. Wer weiß, dass er, weil er gesund ist, ein besseres Mensch ist, als die kranken Menschen um ihn herum, der ist krank. Wer in unserer Welt, in der alles nach Rettung schreit, keinen einzigen Weg sie zu retten, der ist krank. Wer in unserer Welt Vielen Dank.